Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Folge LS22 auf der Landkreis Rostock. So, wir fahren hier weiter ab. Und halt brauchen wir das Gaspedal noch finden. Ob es Stuhl noch nicht angebremst. Ich bin wieder vorbereitet am feinsten. So, erstmal wird die E-Seite angebremst, also muss ich da mal gucken, weil der Stuhl hat sich irgendwie verdreht. Aber egal. So, das ist alles krass. Das muss ich jetzt irgendwie irgendwo zwischenlagen, weil die Silu sind full. Das muss ja erstmal gären, Susi Laje. Oh, wo staubt ich denn das da mal hin, dass in dem Weg liegt? Wie schwer sind die Farsi loschmeißen? Hoffen wir nicht, dass die Ballen dann irgendwie Performance killen. Weil meine Lager sind full. Das wollte ich mal. So, ein Stück rein. So, und einmal abgeladen. Passt. Ja, dann setze ich immer wieder dahinter. Dann haben wir wieder was zu verkaufen. Können wir dann noch mal genug machen? Ich muss mal kurz was gucken. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht da. Nehmen wir mal das Schärfen. Schärfen plus noch mal raus. Halt. Fertig. So, das ist genau so. Hier kann ich Schärfen und Schärfen plus wieder reinmachen. Mache ich aber dann nach Aufnahme. Ich bin gestern auf der Hof Bergmann extrem oft gefallen im Stream. Aber es ist manchmal wie es ist. Ich bin jetzt auf der Welt dabei gefahren am Ziel. Egal. So. 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 ways to watch. Anything else ishill. Ich will weiterlesen. So. Zack. Let's go. So. Der lädt schon wieder ulkisch. So, jetzt haben wir es. Ich mag das überhaupt nicht, der so komisch lädt. Finde ich ein bisschen eigen, muss ich zugeben. Drei Stück haben wir noch. Mal gucken, ob wir die so sind oder so. So, nächste Bahn. Nächsten Stapelballen. Ich werde euch ja gerne was zeigen, was ich jetzt im letzten Film von jemandem bekommen habe, der auch ein Video dazu gemacht hat. Bayern Gamers Live, der auch den schicken Fendt gebaut hat. Der Fendt. Und der RealGPS hatten wir erst mal zugeschickt, weil wir im letzten Stream drauf gekommen sind. Hier tatsächlich schon wieder Stream durch. Bist wahrscheinlich noch zwei. Ich habe jetzt ein, zwei Tage frei und dann nutze ich die Gunst der Stunde und nehme ein, zwei Folgen mehr auf. Nach hinten. So. 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 So können wir es lassen. So. So können wir es lassen. So können wir es mit dem kleinen Stückchen ran können. Wie ihr könnt. Aber egal. Wann kann ich alles haben? Also, let's go. Schärfen und schärfen und schärfen und schärfen wieder einstellen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. So. Eilt dieweil. Mal krabbeln. Ja. Ja, mir krabbelt das Riechorgan. Worum auch immer. So. Ich habe schon ordentlich was weggekriegt. Müssen wir ab und an mal gucken, wie weit das schon gegoren ist. Ach, steht ja schon wieder so ulkig auf. Komm, lässt denn der immer den ersten aus? Muss das mal jemand verraten? Dann machen wir den da oben mit. Dann gehen wir hier wieder runter. So drei Stück haben wir noch Luft. Und beim Heu gehen wir dann in den Sofortverkauf. So, nächste Ladung. Ladung Nummer drei. Äh. So. 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 demnächst holen. So. So. weit ran. So. 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 zeitnah verkaufen können, wenn wir auch Kohle brauchen und nichts zu tun haben. Aber jetzt müssen wir hier die Wiese leere räumen. Dann die andere Wiese noch und dann wieder so weit vorbereiten, dass es in Ruhe wachsen kann. Das heißt, kalten Düngen. Und alles, was das Herz noch so begehrt. Wie man so schön sagt. Ich mache das wieder so. Ich weiß es nicht, warum. Setz ich den da vorne hin? Ich kann euch echt nicht sagen, warum er den Quatsch macht. Mal gucken, wo er noch nimmt. Mal gucken, wo er noch nimmt. Dann haben wir leer. Schrauben. Schau. Ich will nicht auf die Seite gehen und dann bloß nah vorbei transformen. So wasch weiter raus, so und jetzt sitzt man mit unter Luft. Zoodli. Zoodli. Oh, let's go. Zoodli. 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 Patz, du porgst gerade sehr ungünstig. Jetzt hat er es richtig gestapelt. Oder nee, hat er früh gefreut. Wie soll es auch anders sein. Jetzt hat er wieder so eine vulgische Stapelweise an den Tag gelegt. Warum auch immer. Irgendwas muss ich mir aber noch einfallen lassen. Zwecks der Lichtempfindlichkeit vom Sensor meines Head-Trackings. So, let's go. Nehmen wir ihn noch hier ran, dann haben wir heute fertig. Das gibt es das erste Mal, dass ich heute selber gemacht habe. Dann trauen wir immer Überstände von Missionen. Boah, hat es mich aber gerade gedreht. Boah, ich habe kein Gewicht dran. Können die da ran liegen, dass ich kein Gewicht dran getüttelt habe. So, da sind wir aber schon wieder am folgenden Lernen gekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt, euer Jaso.